Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brudel 2 mit dem Partypnyx Let's play together, number one, Corp heißt der Heißt die Kammer? Oh, okay, danke Okay, ähm, fängt schon mal gut an Geh du mal da drauf, hier genau So, äh, oh Ich kann hier fliegen Lass das mal so Oh, warte mal Äh Ne, das bringt nichts Ach du Scheiße Okay, da geh ich erstmal nicht runter Ist da unten ein Emanzipationslaser? Das viel mehr Komm mal, komm mal kurz hierher Zu den zwei Knöppen Ah, guck mal, du kannst da rüber Ah, nee, kannst du nicht Du kannst da gar nicht rüber, da ist ja so ein Grill Guck mal hier Ah, guck mal Was denn? Guck, guck, bleib mal hier vorne stehen Also hier Ja Na, da geht der Finger Ah, ich Ja, ich hab's gemerkt, dass das viel zu Ah, nee, wahrscheinlich brauchen wir zwei Würfel Damit die da offen bleiben Muss man auf den Knopf gehen, bitte Achso, ja, sorry Ich bin auf dem Weg Zacki Mal hier, kannst du dich Ah, das musst du dann machen Ah, cool Aber mit was boosten? Ja, du musst da drauf Und dann wieder da hinten hin Sag Bescheid, wenn du im Boost hängst Ja, ich bin da enge im Boost Du hast den Falschen gemacht Ach, verdammte Scheiße Nein, geh wieder im Boost Bin drin Hallo Hier auf den Knopf Was macht das? Hier geht so ein Tor auf Guck mal, wei tab Ja, ich seh's Ja Da musst du da rein, wahrscheinlich Wahrscheinlich, ne? Oh Ball rein Okay, weiß Bescheid Also ohne den Ball Macht das keinen Sinn Da weiter zu machen Nee Dann müssen wir da runter Hier runter Drück mal auf den Knopf erstmal Ah, da geht Ah, siehst du Wir müssen dann den Ball mitdrücken Da geht der Laser aus Ja, da müssen wir den Ball mitnehmen Der gleich hier rauskommt Das ist aber ein Cube Geh mal rüber Nee, da ist noch ein Ball hier in der Mitte Was ist das hier? Ball Wahrscheinlich Aber da muss noch was aktiviert werden Ach so Zwei Seiten Ja, 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 ja Verstehe Dann gehst du rüber Jetzt musst du wieder drauf Ja, aber wir müssen noch den Dings schaffen Achso, jetzt warte mal Da kommt der andere Cube Siehste Die musst du dir gerade mal holen So, jetzt müssen wir den Knopf Wollen wir jetzt nicht bei der Zeit gleich Auf die Dingsstelle da drücken Nein, nein, nein Es ist schon durch alles hier Du musst den Laser mitnehmen Du gehst als erstes hoch Ja Warte Jetzt komm ich noch Da oben Ah, okay Dafür muss eine Sache freigeschaltet Ah, dann muss das erstmal mit dem Ball freigeschaltet werden Ja, warte Den Ball kriegen wir wahrscheinlich hier Guck mal, ich hab den Würfel da Komm mal hier hin Du musst gleich rüber Nee, du musst Nee, du musst hast das andere Du musst da rüber laufen gleich Warte Jetzt Ah, das Nee, lauf rüber Lauf rüber Ich mach das Ich mach aktivier das gleich Achso, ja Ja Was kannst du da machen? Ein Strahl von links nach rechts Was ist das hier noch? Ah, das aktiviert die Wand Ah, dann befördert es einen zurück Okay Ich glaub Wenn man das aktiviert Okay Was ist hier? Okay, das Ding brauchen wir nachher Ja Wir brauchen hier eine Machen wir hier eine Ball Wenn ich jetzt zwei Laser mache Geht das doch, ne? Was? Ah, nein Du musst mit auf dieser Seite sein Echt? Geht nicht anders Ja, dann brauchen wir noch so einen Würfel Scheinbar Um den Um den Ball hier rauszukriegen Ja Hier hinten Ja Ja, okay Das bringt nichts hier Muss das hier Muss ich mich hier mit Hier reinsetzen Mach mal Tapp Ja Hier in den Portal Dann im Portal Mit dem Portal hier rüber Damit ich an den Ball komme Ja Dann Muss der Laser Was hier Ja, okay Was das Tor ergibt Wenn man da oben drauf steht Das in die andere Richtung lenkt Okay, ich verstehe Weißt du was ich mein? Ja Warte mal Wenn man so macht Kommt das da raus Ah, du musst mal zu mir kommen wieder Da, da sind wir noch nicht so weit Nein, ich glaube auch Oh, scheiße Ja, du musst dir einmal den Laser ausstellen Bin dabei Sind wir eigentlich schon mal hier durchgegangen? Nein, da müssen wir rein Achso Ja, okay Warte Da brauchen wir Warte Ich nehme mal den Würfel Ah, ne Geht nicht Wir können den Würfel nicht hier reinnehmen Außer Außer Ist hier irgendwo Das X Können wir gerade was schauen Ne Durchkommen wir da nicht, ne? Na, gucken wir mal Da ist das X Okay Hier können wir was rausholen Irgendwas muss hier sein Da sind zwei Ah, okay Ah, da ist der andere Cube Also können wir beide rüber gehen Drückt mal das Warte Noch nicht Drückt jetzt das X Also den Schalter Genau vor dir Jawohl Super Erstmal müssen wir wieder nach unten Nein Wir müssen erst wieder den Laser hier hinkriegen Achso Wir brauchen erst wieder den Laser Habe ich Habe ich Achso Okay Ja, das wird jetzt witzig Geh mal rüber Ja Jetzt musst du mich irgendwie da reinholen Ach doch Du kannst das Ding ja da dran setzen Ja, kann ich Wenn ich hier so mache Und hier so mache Ja, warte Mach mal die Wand Mach mal kurz die Wand erstmal Ne, 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 ne Achso Wenn ich runtergehe Ist weg Achso Ja Ja, wie soll Wie komme ich jetzt da rein Ich komme da nicht rein, glaube ich, ne Ja Kling jetzt in der Ecke fest Toll Ne Au Ja, was machen wir denn jetzt so Ich kann ja nicht da rein Ne Kann ich nichts anbringen Oh, warte mal Ja Äh, Janik Ja Stell dich mal bitte auf den Knopf drauf Ja, nimm gleich mal den Cube mit Nimm einfach mal den Cube mit Ich lass dich rüber Ja, natürlich Natürlich Oh, Gott Warte, ich muss kurz runter den Laser holen Ich hab's Mhm Musst du nur noch deine Portale setzen Ja Ich geh wieder zurück Ich muss, äh, einmal den Dings ausmachen So, wo kommen wir jetzt nochmal den Ball rein? So, pass auf Da unten Ja, da unten Hier unten Genau Lass den mal liegen Warte, nicht da Ähm Wo kann er nicht kaputt gehen? Ja Warte mal, ich geh da wieder rüber Ja Da musst du Warte, erst mal Ah, ne Den können wir hier nicht drinnen lassen Du musst mich ja speedboosten Oh Ja Alter, nicht, dass er wegrollt Ich hab keinen Bock Dass er wegrollt Ich stell ihn da hinten in die Ecke Ich hab da keine Lust drauf Warte mal Das funktioniert ja Auch Achso Ja 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 Speedboost Wuhu Jetzt musst du die Kugel holen Ja 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 Genau Ja Ah guck mal, die Treppe ist auf Der ist hier oben aufgegangen So, jetzt musst du nochmal Du musst jetzt wieder zurück Ne, nicht den Laser Oder? Doch, den Laser brauchen wir auch Ach, wir brauchen den Laser Und Und das Dings Oh mein Gott So, pass auf Du musst zurückgehen Ah, scheiße Du musst zurückgehen Wieder zu dem Ähm Da hinten Erstmal Den Würfel holen Und Und den Strahl holen Ja Also den blauen Strahl Da Ich hol erstmal den Würfel Da oben Und mach dann den blauen Strahl Genau Ja Oh Erstmal lege ich den Würfel Da oben hin Dann kannst du deinen Blauen Strahl Da hin machen Genau den Würfel Da reinschmeißen Und ich gehe gerade den Laser holen Der Würfel passt noch nicht ganz Ja Hehe Hä Also Coolio Hehehe Vielen Dank für's Zuschauen Liebe Leute Bis dahin Tschüss 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 Tschüss